Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play 7 Hospital. Ja Leute, machen wir weiter mit Level 5. Ich mache mal ganz kurz Pause, 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 Pause hier. Damit wir uns das mal jetzt in Ruhe durchlesen können, weil ich glaube, das wird jetzt langsam, nachdem Level 4 wirklich schon ziemlich happig war, es wird nicht leichter. Also, gucken wir mal. Das wird ein hektisches Krankenhaus, es warten viele verschiedene Fellows. Ihre Ärzte kommen gerade frisch von der Uni, also wird es für sie überlebenswertig sein, deren Ausbildung voranzutreiben, damit sie einigermaßen mit dem Patienten klar kommen. Sie haben lediglich drei Berater, das sind dann hier die drei werter Herren wahrscheinlich, die ihnen beim Unterrichten ihres unerfahrenen Personals helfen können, also stellen sie alle zufrieden. Ja, das werden wir schon irgendwie hinbekommen, wobei wir das mit dem Ausbildung ja noch gar nicht gemacht haben in letzter Folge. Na gut, dann müssen wir es jetzt machen. Beachten Sie, dass die Grundmauern des Krankenhauses auf der Sankt-Androiden-Spalte stehen. Erdbeben sind für Sie also ein permanentes Risiko. Alter, das wird halt echt immer besser. Erdbeben werden bei Ihren Maschinen einen Brechert wird beträchtlichen Schaden anrichten und den reibungslosen Ablauf Ihres Krankenhauses stören. Um den Level zu gewinnen, müssen Sie Ihren Ruf auf die 400 Marke erhöhen und lockere 50.000 Marke auf die Seite schaffen. Dann heilen Sie außerdem 200 Patienten. Ja, nichts leichter ist das. Machen wir das einfach mal. Ich mache mich ein bisschen normal. Also ich mache mal ganz langsam vorwärts sozusagen. So gut. Gucken wir erstmal, wie es aussieht hier mit der Verbindung. Hier ist Hauptstraßenverbindung. Sind die mal ernst, oder? Weil die laufen auch glaube ich keine Abkürzung. Ah, hier ist eine Verbindung. Okay, also wird das wahrscheinlich, hoffe ich, mal der Haupteingang sein. Es kann aber auch sein, dass die auch von hier oben teilweise kommen. Dann müssen wir mal ausprobieren. Müssen wir gucken. Vielleicht müssen wir das dann noch ein bisschen splitten oder so, dass wir dann hier auch eine Reputation hinbauen. Ich fange jetzt einfach mal an hier. Ich fange einfach mal an. Wir machen es mal an Gemeinmedizin. Können wir eigentlich eiskalt hier hinbauen, denke ich. Wie ist denn das eigentlich? Würden wir hier dreimal vier hinbekommen? Sieht fast so aus, ne? Würden wir. Okay, also ich mache auf jeden Fall hier erstmal an Gemeinmedizin, Leute. Ja, ich mache hier erstmal an Gemeinmedizin. So, die Tür. Ich überlege noch gerade. Also wenn ich hier dann vielleicht auch nur dreimal vier, also dreimal viermal vier Räume hinbauen will. Ob das vom Platz... Ne, ich sollte die Tür schon hier machen, denke ich. Ich mache das jetzt erstmal. Dann müssen wir gucken. Am Ende würde es sowieso wieder voll schief gehen, weil ich halt keinen Plan habe, wie ich das immer exakt aufbauen sollen am besten. Aber ich ja trotzdem immer motiviert bin, dass es halbwegs schön aussieht und vor allem auch der Platz halbwegs effektiv genutzt ist. So, mit einmal Pflanz-Heizkörper. Und ich glaube, wir müssen dann auch jetzt hier Feuerlöcher bauen. Zumindest in die Räume. So, in denen jetzt hier nicht unbedingt. Hoffe ich. In die Räume, wo auch Maschinen drinne stehen. Wenn Erdbeben und so, dann gibt es ja wahrscheinlich auch Feuer. Oder können Feuer ausgelöst werden. So, mit denen sind wir fertig. Ich mache erstmal die Pharma-Teke, weil das ist auch mal vier mal vier. Da können wir gleich mal ausprobieren hier. Es ist dann sogar noch Platz hier für Bänke. Also wir könnten dann hier auch noch Bänke davor setzen, was super ist. Ja, da würde ich sagen, da mache ich mal... Also ich glaube, das haut hin, dass wir hier drei, vier mal vier Räume hinbekommen. Das wäre eigentlich ziemlich cool. Ich mache das jetzt einfach mal. Aber der Weg wäre kürzer zur Formatik, wenn ich die hier hinbaue. Dann machen wir hier vielleicht die Entlüftungsanlage. Die wird nicht ganz so oft frequentiert. Oder nicht so hoch frequentiert. So. Also da ist der Weg nicht so weit dann zur Pharma-Teke. Das ist ja erstmal, was wir wirklich dringend immer benötigen. Oder oft. Hier würde ich vielleicht sogar ein Feuerlöchel reinhauen. Und ich habe auch gelesen, dass es Sinn macht, in größeren Räumen, also Stationen und so weiter, die so sechs mal sechs sind, dann zwei Heizkörper reinzusetzen. Das ist auf jeden Fall nicht blöd. Und ich habe gelesen, in den Kommentaren hatte jemand geschrieben, das wusste ich noch gar nicht, wenn man ein Forschungslabor gebaut hat, kann man dann hier rüber über Forschung, momentan geht das noch nicht, das Fenster zu öffnen, kann man dann einstellen, wie die Prioritäten liegen sollen, wonach geforscht werden soll. Und da hat er gleich noch geschrieben, ich soll am besten erstmal auf Diagnose gehen, weil wir bis dahin ja noch nicht so super sind, unsere Quote. Und das probieren wir dann einfach mal aus dann. Das wusste ich einfach noch gar nicht, dass das geht überhaupt, dass man das einstellen kann. So, als nächstes machen wir erstmal hier, weil es einfach passt, die Entlüftung, weil das ist ja auch 4x4. So. Okay, wunderbar. Es haut hin, wie ich es mir vorgestellt habe. Machen wir die Tür hier hin. Die Tür. Die Tür. Alter, machen wir die Tür hier hin. Ich schon ein bisschen später. Ja, ey. Hätten wir. So, und hier würde ich aber auch gerne jetzt ein Feuerlöcher wieder reinbauen. Mülleimer, ja, für die Köpfe. Ich hoffe, das passt dann. Nur fest, können wir vielleicht auch auf Mülleimer verzichten. Wir können da dann Handlangen einstellen, dass es passt. Also, als nächstes, das ist, ich will erstmal noch 4x4 jetzt hier gucken. Oh, mein Ding, haben wir schon Station. Das ist alles zu, Physiatrie ist auch 5x5. Lüftung haben wir. Ausbildung könnten wir hier reinsetzen. Oder ich warte einfach noch ein bisschen, weil wir kriegen ja dann auch hier was mit der Spitzzüngigkeit. Das ist, glaube ich, auch 4x4. Toiletten ist auch 4x4. Ja, nee, Toiletten mache ich dann später. Stopp, zurück. Wir können noch einen Personalraum reinmachen. Gucken wir mal. Ich würde jetzt erstmal gucken, weil hier... Haben wir hier mehr Platz? Ja, guckt mal hier. Das sind zwei Felder. Das ist ein Feld. Von der Hecke weg. Also hier, das scheint irgendwie... Wollen wir mal schauen. Jetzt, ich mach mal... Mach erstmal jetzt hier allgemeine Diagnose. 5x5. Das würde perfekt reinpassen. Aber dann kriegen wir daneben keinen Raum mehr hin, was ich ein bisschen blöd finde. Deswegen lasse ich das sogar. Wo baue ich die allgemeine Diagnose hin? Gegenüber... Von der allgemeinen Medizin. Finde ich ganz gut. Und wir kriegen dann... Wir müssen ja, glaube ich, einen Dreiergang immer machen, damit wir hier Bänke und hier Bänke hinbekommen. Und hier ein Gang ist. Dann machen wir hier die Tür. Nee, das gefällt mir ganz gut. Ich mach das jetzt. Und Psychiatrie würde auch gehen, aber... Ist ja am Ende egal. Die Psychiatrie kann man direkt daneben stellen dann. Muss man doch gucken, wo wir dann die Rezeption hinsetzen. Ich weiß auch noch nicht mehr, wie gesagt, was jetzt hier Haupteingang ist. Ich glaube ja, hier ist Haupteingang. Aber hier rüber könnten auch welche kommen. Weil ja auch hier die, die Straße auch verbindet, verbunden ist. So, Leute. Also, Schnellzieherung und Kleider. Und ich glaube, ich werde das Ding auch dann gleich schon eröffnen, wenn wir eine Rezeption und so weiter haben. Hier würde ich auch mal noch ein Feuerlöcher reinhauen. Und ich habe ja schon Angst vor dem scheiß Erdbeben. Ganz ehrlich. Das muss doch nicht sein. Und dann umhinein kommen noch doofe Ratten. Wie? Ach nee, Ratten sind nicht unbedingt eklig. So, egal. Weiter. Es kommt drauf an. Also, meine Kumpeline von mir, die hatte mal eine Ratte. Und die war eigentlich ganz niedlich gewesen. Aber wenn man jetzt eine Kanalisation rumschleift und so, dann ist es bestimmt nicht mehr so schön. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir bauen jetzt noch OP-Stationen. Wie viel Geld haben wir noch? Wir haben noch 30.000. Das ist eigentlich noch ziemlich ordentlich. Also, ich baue jetzt erst mal einen Personalraum hier. Ja, könnten wir schon. Ich bin überlegen, ob ich den Personalraum vielleicht ein bisschen größer mache. Und den dann irgendwie hier vielleicht reinsetze. Den könnten wir. Wir bauen hier vielleicht auch noch einen 4x4-Raum rein. Dann können wir den einfach hier ein bisschen länger ziehen. Dann hätten wir hier auch noch Platz für einen 4x4-Raum. Da wird ja vielleicht nach irgendeiner kommen, oder? Ich hoffe es zumindest. Ich mache das jetzt einfach mal. So. Hier die Tür hin. Ich hoffe, ich verschätze mich jetzt hier nicht zu sehr. So. Na, können wir das Ding jetzt mal ein bisschen voller ballern? Mal gucken. Wuhuuu. Videospiel. Computerspiele. Sorgst sie dafür, dass sich ihr Personal bei High Octane entspannt. Coole Scheiße. Ne, aber nimm mal einen. Nimm mal einen. So. Da brauchen wir eigentlich auch gar keinen Fernseher mehr. Ne, dann machen wir noch einen B-R-Tisch. Lasse ich erst mal weg. Ich mache mal lieber noch ein paar mehr Sofas. Und Feuerlöcher brauchen wir auch wegen dem Videospielen. Ich mache mal vier Sofas. Damit wir mehr Sitzgelegenheiten haben. Das ist, glaube ich, wirklich das Wichtigste. So. Das hier ist erstmal gut. Oh, cool. Guckt mal. Mal noch so. Hören Sie ja. Oh nein. Okay. Kann ich das hier? Wir Fernseher kriege ich. Oh, scheiße. Ja, dann stelle ich das Ding daneben. Ich wollte das jetzt eigentlich so gegenüber machen müsste, aber ich kriege den. Müssen wir so machen. Hier könnten zwei Heizungen Sinn machen, ich mache mal noch eine zweite Heizung hin. Können wir hier vielleicht sogar noch einen Bildertisch reinhauen. Ich denke aber, falls das reicht das mal oder ich meine, ich kann Videospiele spielen. Was soll das? Das ist doch ausreichend. So, OP, Pharmatie, Station, Psychiatrie habe ich noch nicht gebaut. Wir müssen uns dann erstmal die Leute hier angucken, was wir überhaupt hier schon am Start haben. Aber die müssen ja was taugen, weil ich habe das ja so verstanden, alles was neu ankommt, sind halt nicht so erfahren, weil sie von der Uni kommen und die müssten eigentlich dann ziemlich gut sein. Wo sind ja Lehrkräfte letztendlich. Ja, wo brauche ich dann die Rezeption hin, ist die Frage. Wahrscheinlich dann hier irgendwie. Können sie auch hier, ja in der Mitte ist doch blöd, da brauche ich dann lieber hier und hier oben eine hin. Das gefällt mir, glaube ich, besser. Mach mal hier eine Tür. Ne, mach ich. So. Alles nächste Sofa. Bislang gefällt mir der Aufbau ziemlich gut, muss ich sagen. Also hier kommt ja auch noch was hin. Skelettbüchoregal. Ne. Ich lasse das mal weg. So. Jetzt kann man aber Feuerlöcher brauchen wir auch nicht. So. Wessel. Düm, düm, düm. Fertig. Huch. So. Gut. Ich mache jetzt schon mal hier, dass wir gleich eröffnen können. Ich mache es mal Rezeption. Ich mache es mal hier unten ein hin und beobachte mal, ob auch von oben welche kommen. Bauen wir die hier einfach? Ja, warum nicht, ne? Können sie auch so bauen. Das wäre, es wäre vielleicht das Effektivste. Aber dann ist hier nur, ne, ich kann die hier mit gutem Gewissen hinbauen, Leute. Das sieht zwar irgendwie besser aus, aber dann haben wir hier oben ein bisschen mehr Platz dann noch für Räume. Und die haben ja hier mindestens zwei Felder zum Durchlaufen. Da ist ja auch noch genug Platz dann. Also da kann man sich ja nicht beschweren. So, dann, äh, Pflanzen, ja, Heizkörper, ja, auf jeden Fall. Denke, super wichtig. Machen wir gleich mal ein bisschen mehr. Getränkeautomaten machen wir gleich mal so vier Stück. So, okay, machen wir hier erstmal, so, Psychologe brauchen wir eigentlich immer nicht ganz so viele, hatte ich immer so den Eindruck. Machen wir mal so. Äh, Allgemeine Medizin. Ich muss ja mal ein bisschen Lücken lassen jetzt hier. So, für die Heizkörper und Getränkeautomaten. So, so. So. Aber hier brauchen wir auch wieder viel, aber da können wir ja auch. Uh, jetzt habe ich keine Benke mehr. Na gut, dann baue ich dann später noch welche. So, Getränkeautomaten machen wir erstmal. Ja, aber dann ist das Ding doch vor der Tür, oder? Dass man die, dass man die Kamera nicht ändern kann, das auch manchmal. So. Ähm, ich übertreibe es jetzt wahrscheinlich mit der Dichte, aber egal. Ich meine, die hatten ja sonst immer Trost gehabt, deswegen gehe ich jetzt überhaupt nochmal sicher. So. Man kann nicht vorbeilaufen. Man kann nicht vorbeilaufen. Nehme ich auch gleich einen hin, hm? So, hier. So, Heizkörper. Haben wir jetzt leider nicht mehr so viel Platz, aber geht schon. Bislang gefällt mir das richtig gut. Ich will hier keine Heizung hin machen. Geht nicht. Ich probiere einfach mal überall, wo habe ich bestimmt Platz gelassen, oder? Und eine hin. Geht nicht. Geht nicht. Hier ging's. Hier geht's auch. So, Pflanzen. Dann machen wir erstmal hier eine hin an der Theke. Und ich stelle ich erstmal hier in die Tuchern später positionieren. So, schön. Jetzt müssen wir noch die Leute einstellen. Beziehungsweise gucke ich davor erstmal, was wir denn Vorherrschaften hier am Start haben. Das sieht gut aus. Ne, das sieht gut aus hier. Da ist Schmitter. Der ist, äh, zu schade, qualifizierte Position des Arztes. Und das, dumm, dumm, dumm. Kann man nicht hier irgendwie... Ich glaube, das war doch so gewesen, ähm, dass ganz rechts das ist, dann ist er auch Berater. Beziehungsweise, wenn, wenn dieses, oder dieser rote Pfeil ganz rechts ist, dann kann er den Leuten auch was beibringen, glaube ich. Wenn ich mir das entsinne. Also sind das wirklich die, die dann... Ja, das sind die Lehrkräfte. Das sind die Lehrkräfte. Und das sind jetzt hier alles Studenten. Und die wir vielleicht jetzt nicht ganz so super erfahren. Und das äußert sich auch in den Balken. Okay, also wir müssen auf jeden Fall einen Ausbildungsraum bauen. Können wir dann auch hier entsetzen eigentlich. Aber was, was, was ich nicht glaube, ist, dass die denen sowas beibringen können, ne? Die können, glaube ich, nur das Fähigkeiten-Level erhöhen. Die sind ja ein bisschen alle scheiße. Na gut, dann nehme ich erstmal mit dem zu schade. Wobei, da reicht doch einer. Ne, den brauche ich nicht. Ich brauche eigentlich, äh... Chirurg bräuchte ich noch einen. Dann nehme ich doch lieber gleich einen, der ein bisschen höher ist. Ja, die sind alle total niedrig, ja? Der ist noch am höchsten. Ach Leute, ich nehme dem zu schade. Da haben wir noch einen Ersatz, notfalls. Werden wir den dann schon ausbilden. So, dann gehen wir mal noch ganz schnell. Ich mache schon mal los hier. Ab geht's. Und stellen wir jetzt noch fix die Leute ein. Oh, die ist spitze. Allgemein gut motiviert und immer bei der Sache. Hört Ratio. Wie ist die jetzt weg? Oh nein! Das Angebot ist weg. Oh, das ist doch scheiße. Ich wollte die Karte einstellen. Hat die bestimmt woanders jetzt ein Angebot bekommen? Oh, das ärgert mich jetzt aber. Dann müssen wir erstmal die nehmen hier. Ja. Ärgerlich. Ihr habt das ja auch gesehen. Eben war die noch da gewesen. So, nehmen wir den noch. Schreibt die Nummern vorbeifahrende Züge auf. Charmant, höflich und hilfsbereit. Großartig. Aber ich darf auch erstmal eine. So, Krankenschwester. Das ist ja, glaube ich, die Beste. Ich glaube, die ist besser. Vorsichtig und verlässlich im Notfall. Hol dich den Fernsehen. Der wird sich... Ah ne, die ist ja nicht mehr da. Die noch Radio, glaube ich. Das war ja... Der tut hier Züge zählen und die... Radio hört. Die haben wir ja nicht bekommen, leider. Die tun wir mal hier hin. Ah ne, halt, halt, halt. Fangen wir hier hin. Jetzt Ärzte haben wir hier an sich erstmal. Da müssen wir dann gucken. Da müssen wir... Wow, der ist gut. Das sieht dort schon hier viel besser aus. Äh, Forschung. Dann nehmen wir erstmal den noch. Und dann muss ich die jetzt mal verteilen hier. Das ist unsere Psychologe. Unsere Superpsychologe. Den hauen wir natürlich hier erstmal hin. So, was ist das hier? Das ist... Ne, das ist der schlechte Psychologe, glaube ich. Wo sind wir jetzt hin? Ist weg. Hä? Ich finde ihn nicht mehr, Leute. Egal, also Chirurg, können wir ja erstmal Allgemeinmedizin machen. Hauen wir mal hier hin. Das ist unser Vor... Ah, wir haben ja kein Forschungsnabor gebaut. So, was ist mit dem hier? Ah, das ist der schlechte Psychologe. Ah, hier ist er, der Rude. Wunderbar. Wir können nochmal einen Ausbildungsraum noch schnell bauen, dann. Müssen wir dann mal machen. So, und der kommt Allgemeinmedizin. Hier müssen wir einen absetzen. Dann haben wir den erstmal. Das war jetzt Forschung gewesen. Und das war der schlechte Psychologe, glaube ich. So, dann baue ich mal noch schnell ein Forschungslabor. Und dann baue ich eine Ausbildungs-Dingsbums. Das haben wir dann hier. Oh, Toiletten muss ich auch noch machen. Scheiße. Ein bisschen Geld haben wir ja noch. 5 mal 5 muss das sein. Wenn ich das jetzt hier hinbaue, dürfte hier noch ein 5-Wahr-Raum-Hinbaut passen. So wie ich das sehe. Um Forschungslabor darf hier ruhig ein bisschen weiter an der Ecke sein. Ich kann ja einfach mal so hier zählen Eins, zwei, drei, vier, fünf Ja, okay Also wir gehen dann noch ein Fünfer rein Noch mal so hier Und hier baue ich dann noch einen Raum hin Also hier die Tür hin Und hier müssen wir auf jeden Fall jetzt ein Feuerlöcher reinbauen, Leute Weil ich glaube, das Ding, das kann schnell mal brennen Sieht zumindest so aus Wenn das brennt, ist es nicht schön, glaube ich So, Pflanze auf jeden Fall, Müheimer, Heizkörbe Feuerlöcher, super wichtig Ab in die Ecke mit dir Papierkopf Okay, passt, hätten wir So, Forschungszentrum Jetzt gucken wir gleich mal Statistiken Forschung Und jetzt können wir das öffnen Cool, und das Sensor habe ich bislang immer total ignoriert, Leute Und dann mache ich das jetzt mal Hier haben wir Verbesserungen Ich mache das mal runter Ich könnte es auch auf 0% machen, aber Ich mache mal alles 10 und den Rest jetzt in Diagnosegeräte rein Dass man wirklich nur lange ist, um alles zu diagnostizieren Ich denke, das ist nicht so verkehrt Kann auch sein, dass man das irgendwie besser noch machen kann, aber egal So, das Patient Oh, der sieht mir nach Station aus Ja, um den kann ich mich ja gar nicht so richtig kümmern eigentlich Toiletten müssen wir eigentlich auch erstmal machen Können wir hier hinbauen Aber Toiletten habe ich eigentlich immer lieber ein bisschen zentraler Und wichtig wäre auch, dass man hier dann noch hinkommt Ich weiß nicht, ob hier kann man wahrscheinlich dann keine Tür reinbauen Das geht glaube ich nie in die Ecken Wo ist denn jetzt am blödesten die Toilette? Hier könnte ich sie reinsetzen Und ich hätte gerne gleich eine leicht größere Toilette Und neben Hobbyräumen, das ist doch okay Ich glaube, ich lasse das so So Dann müssen wir gleich mal noch ein bisschen mehr holen Dann holen wir mal Vielleicht brauchen wir nicht Heizkörper Machen wir mal einen Einer, denke ich, reichst noch aus Was, auch wenn es knapp ist Wir haben wir einen Toiletten, machen wir drei Waschbecken drei Können wir dann später immer noch erweitern Ah, guck mal Da wird man noch viel mehr reinbekommen Machen wir hier die Pflanze hin Papierkorb Passt erstmal So, das sieht doch erstmal ganz solide aus Mir gefällt das So, jetzt noch viel besser So, die würde wahrscheinlich Diagnostizieren kann dann vielleicht sogar Weiß ich nicht Aber der muss auch bestimmt die Station operiert werden, oder? Ich mache mal ein bisschen schneller jetzt hier Ja Schicken Sie den Patienten in die Forschungsabteilung Ah, cool Ja, wahrscheinlich werden wir das auf 60% haben Deswegen können wir das jetzt machen Weil sonst ging das ja übelst oft nicht Dass wir die nicht reinschicken Vielleicht sollte ich es auch auf 100% machen Das kann auch scheinen Weiß es nicht Eine neue Krankheit wurde entdeckt Polierte Knochen Ursachen Sturz aus großer Höhe auf polierten Boden Ich glaube, das hatten wir schon mal Strahlender Glanz und die Unfähigkeit Die beeinträchtigen Gliedmassen zu gebrauchern Therapie Ein Gips wurde angelegt, um die Knochen zu heilen Und den Glanz zu entfernen Nach erfolgreicher Heilung wird er wieder entfernt Eine neue Krankheit war er So, ein mit dir Ich bin klar, dann überlegen, ob ich das auf 100% mache Ne, ich lasse das mal auf 60 Wir werden es dann merken Ah, hier im Video kam ja auch die Abfrage Was wir mit dem Patienten machen wollen Und konnten die aber nicht ins Forschungslabor schicken Und es kann ja sein, dass es dann manchmal nicht geht Wenn man das nicht auf 100% hat Das weiß ich nicht So, wir haben immer noch 11.000 Leute Ausbildung Wichtig, müssen wir jetzt endlich mal bauen hier Ich hebe ich schon die ganze Zeit vor mir weg Das wäre doch eigentlich ziemlich ideal, oder? Toiletten hier, dann passen wir auch um die Ausbildung Finde ich eigentlich ganz cool Gelöst dann Wo muss ich hier hin? Bäm Bislang vom Aufbau meiner Lieblingskrankenhaus Oh, äh So ein Polylux mäßig hier Oder so ein alter Beamer Alter Beamer Das ist ein Polylux So Ähm Mir geht nicht Mir geht das nicht Hier ist Tür Hier geht Das ist ja bescheuert Ich hab das Ding auch total doof gesetzt Kann ich das nochmal neu machen, bitte? So Ne, so hier muss ich setzen So, geht nicht Mach ich hier hin So, dann hier der Stuhl Bäm Und jetzt Hier kann man aus Glauben, Bücherregal gerne reinhauen Futterstuhl haben wir schon Wenn wir einmal Ja Wenn wir brauchen Weiß ich Heizkörper Ich mach das mal so Weil ich nicht weiß, ob ich dann alles reinbekommen ansonsten So Jetzt krieg ich den scheiß Schrank nicht mehr rein, hm? Ah doch hier Wunderbar, das passt doch Wie angegossen So Heizung Bäm Hörig So Ist irgendwo gerade nichts zu tun Können wir irgendeinen ausbilden Ja, der forscht gerade Aber wir können doch Ah, wir können den Psychologen hier machen Ich mach mal langsam Dann müssen wir es jetzt mal ausprobieren Das ist unser super Psychologe Rein mit dir Du auch So Eigentlich Der müsste sich jetzt hier hinsetzen Und der müsste dem was beibringen Ich weiß, was der hat Ah, der geht das mal Rezeption, ja Aber guckt mal Leute Das ist ja der Haupteingang Das ist schon korrekt So wie ich das gemacht habe Wäre es vielleicht sogar besser gewesen Die Räume hier hinzutun Aber egal Ich finde das cool So wie es ist Das gefällt mir Jetzt müsste es einem Fähigkeitenlevel Dann steigen hier Ah, guck mal Es ist nach oben gegangen gerade